Also ich denke, dass Deutschland ins Achtelfinale kommt. Es kommt immer darauf an, gegen wen du dann in K.O.-Phase spielst. Wenn du Pech hast, dann kriegst du, sag ich mal, Frankreich und Spanien viel zu früh. Ja, aber Frankreich, Frankreich, Frankreich ist WM. Bei EM sind die eigentlich nicht so krass immer. Naja, vielleicht ändern sie halt nicht mal was. Aber sie haben auch schon mal, sie haben das auch schon mal gewonnen. Es gab auch schon mal, wo sie EM und WM hintereinander gewonnen haben. Und ich glaube, da sind sie zwei. Frankreich hat in zwei Monaten, zwei Mal hintereinander, zwei Mal hintereinander, zwei Mal hintereinander. Ey Leute, ihr redet alle durcheinander. Das ist ja großartig. Deutschland hat in zwei Monaten, wo macht denn das jetzt? 2-0 gegen Deutschland verloren. Ja, Leute. Hallo, mach mal bitte das aus. Aber Sven, aus welchem Bundesland kommst du? Ja, ich komm aus Hessen. Kommt aus Hessen. Baden-Württemberg. Ich dachte, du kommst so aus Nürnberg. Warum dachtest du das? Weil ich halt dachte. Keine Ahnung, warum. Ja, aber du musst doch wissen, warum sie das gedacht werden. Ja, guck da. Äh, den Livestream. Das nervt. War ja nicht gerade ein Gegner? Ich bin schon beschwert. Äh, wer braucht diese Waffe? Ich hab schon eine Waffe. Ich hab schon viel, was du machst. Ich, äh, bin gleich wieder da. Oh mein Gott, Bro, jetzt sind alle. Ja, ich bleib in der Gruppe. Schlimmer. Wer, wer ist da in meinem Team von, wenn die da ist? Einfach durch die Wand geschossen hier. Ja, egal. Warum ist jetzt einer schon wieder geläftet? Warum ist schon einer wieder tot, ja. Da ist einer schon wieder geläftet. Enkeln, warum bist du da rausgegangen? Egal. Enkeln, warum bist du rausgegangen? Sven, wir haben das letzte Mal auch zu dritt gemacht. Oder ist sie jetzt rausgegangen, weil wir nicht da gelandet sind, wo ihr wollt? Keine Ahnung. Nein, Candy Butcher ist rausgegangen. Hä? Ey, warum sind jetzt alle weggegangen? Candy Butcher ist rausgegangen, weil Enkeln ist nicht in der Gruppe. Sven, kannst du mir die Frage beantworten? Nein, ent... Ent ist raus. Enkeln ist nicht da. Aber Enkeln ist nicht in der Gruppe. Ja, aber wie gesagt, es stehen ja... Also Enkeln ist nicht mehr als vierter Mann da. Ja, aber Enkeln ist auch nicht mehr in der Gruppe. Er hat geschrieben als PC-Problem. Achso, die letzten, die jetzt hier dazugekommen sind, müssten wir noch mal einen Short sagen, mein letztes, ne? Ob ihr das gesehen habt. Ich sehe jeden Short von dir. Na, dann testen wir doch jetzt mal. Was ist das letzte Short denn? Na, das kommt viel zu spät. Da ist einer nicht vorbereitet. Definitiv nicht vorbereitet, hat er nicht gesehen. Gibst du. Jetzt sagt er nichts mehr. Was ist? Jetzt sagt er nichts mehr. Nicht vorbereitet, sage ich nur. Ja. Ja. Ja, du. Du hast gesagt, du kennst die das schon. Jetzt habe ich dich gefragt, welches das letzte ist. Kannst du mir die Antwort? Hä? Ich habe nicht gedacht. Gib mal die Entfernung. Ja, genau. Schreib mal rein. Schreib mal rein, wie viele Meter. Was hast du eigentlich für ein Auto, das ist wirklich ein Boss-Auto? Ja, ich habe den Boss gekillt und dann habe ich mir das Auto geworfen. Was? Ich habe den Boss gekillt und dann habe ich mir das Auto gekillt. Ja, aber du hast das Medaillon doch gar nicht. Nee, das wollte ich nicht haben, das Medaillon. Ja, genau. Weil das Medaillon nämlich ein anderer hat. Das ist ein Auto, was man sich kaufen kann. Hä? Wirklich? Ach du Heiliger, hier ist ja die Hölle. Ich komme auch mal zurück. Oh oh, wir haben das echte Boss-Auto. Oh, der hat das Medaillon. Wir haben das echte Boss-Auto. Die, die gerade auf mich schießen. Ich hole mal. Ich logge die mal zu euch. Ich logge die mal zu euch. Schießt mal, schießt, schießt. Ja, die sind los, die sind los. Ach, die haben... Der ist in meinem Auto, der ist in meinem Auto. Was hat er davon? Warte, warte, wo ist er, wo ist er? Habe ich hier, hab ich hier... Hey, spring doch mal wieder in mein Auto rein. Das Boss-Auto ist eben... Das Boss-Auto ist jemand Crack. Da ist nur einer drin. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich fahre mit dem Idioten in die Tankstelle und jacke... Da kann man sehen, was er davon hat. Komm! Wohin ist er tot? Warte! Nee, er ist noch nicht tot. Der ist dead! Der ist so dead! Der ist so dead! Der ist so dead! Danke! Erdemann! Sven! Da kommt einer! Da kommt einer! Na super! Ich muss kurz weg! Auf aushalt, aufhalt! Wenn ich auch... Hast du Heel? Ach, über die Mann ist er auch Heel! Wie viele Teams da auf einmal kamen, ne? Sven, hast du Heel? Nee, ich hab gar keinen Heel. Sven, kannst du kommen? Äh, lass uns mal kurz Heelen und wir kommen dann gleich wieder weit. Das sind zwei Teams, das ist zu viel. Na, das sind drei Teams. oder so ist noch jemand macht doch ich hole mir jetzt erstmal würde ich dir auch aber wir können das ich habe ein Auto holen, ich habe Pogibomb ich habe Pogibomb hier ist Cola und Minis hast gut? ist Ben? ja Cats of Renegade und Renegade Raider und Aries YouTube da oder? ja warum? krieg ich vielleicht einen von den beiden ich hatte letztes einen der hatte beide irgendwie der hatte alles mögliche ich hatte ich krieg ähm also wegen rettet die Welt ja du kaufst den Account dir das halt ein Alltag nein 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 nicht kaufen ich halte das durch rettet die Welt voll ja Sven kommst du dann her im dauerteil ein bis zwei Jahre ach so warte ich komm du musst nur das Auto anschießen dann krieg ich auch den Weg ja ich hab doch Pogibomb ich kann ihn doch einfach rauspumpen äh Sven wetten dann wenn ich so ein Auto wenn ich so ein Auto habe mit Captain Lowman so oder so kommt jedes kleine Kitty zu mir ach so das musst du mir nochmal erklären also was? ähm also ich habe ich krieg gerade die Welt und dadurch kann ich äh ich krieg gerade die Welt ja und dadurch kann ich äh auch gleich AR-Mond deswegen kann ich äh OG-Skit freischalten sobald äh sobald äh sobald äh ich muss halt ein höheres Blitzlevel werden und können das alles so machen hast du es neue Harmonie? äh ja ich hab's du müsst einfach ein großes Blitzlevel werden und dann könnt und wir könnt OTs ganz freischalten so wir müssen jetzt den Ding holen verstehst du? warte ich hier lässt mal das Auto hier lässt man das Auto warum soll ich das heilen? der ist doch recht wo? die äh Scheiben und alles ist kaputt stimmt Sack ist geheilt kommst du? hab du noch bisschen AR-Mond ich hab selber wenig ist jetzt im Boot oder was? ok dann fall schon mal ja nimm du das Boss-Auto und ich muss in deinen äh Chat schreibt ihn rein äh morgen kommt ein neues Update ich dachte immer mit dir das geile ist ich hab die Woche keine Schule und ich kenn das ab den schönsten warum machst du keine Schule? äh weil ich einen Auftritt hab und weil ich nie war was machst du denn für einen Auftritt? ähm ich muss vor 30 neuen Kindern die ich gar nicht kenne irgendwie 3 Liter vor sie und dann hab ich einen schnell gekennst bist du? kannst du so gut sehen? oh die sind immer noch da ne? wirklich? Egal egal ich bin woanders ich bin woanders ich bin woanders also ja ich kann schon Waffen wenn ich komm auch nicht am Waffen unter diesen scheiße Waffen ich kann auch ich kann schon gut sehen ja sollen wir hier gleich rebooten? kannst du sehr gut singen oder gut? ich hab ich hab keine Waffen wenn man so sagt du bist ja auch tot gut gut so du bist ja auch tot also mittel mittel ja ich hab das ich hab das ich hab das ich hab das gut so gefunden hast du dich? ey meld dich doch bei gewollt ich hab das ich hab auch voll die schlechte Stimme ich war noch eine gute Waffe ich hab das mit dem Gegner fahren fahr doch mal hoch ja was denn das Auto ey hallo das Auto ist fest gewollt deswegen fahr mal da hoch ich hab eine Waffe jetzt hält er schon weg und helf Schweine jetzt geht die Party mit mir und Svenna hallo bleibt doch mal stehen ich kann ihn ja auch nicht killen das Auto ist kaputt ja dann heils dann heils fahr weiter fahr weiter das ist von denen das ist von denen unsers ist auch fast kaputt guck mal hin heil es alter du fährst viel zu schnell ich kann überhaupt keine schießen wenn du so schnell schieß ach das ist doch nicht dein Ernst mit dir fahr ich nie wieder gleich ich geh heil lass auf Insel 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 wir gehen voll das Auto heilen ich hol mir erstmal eine Waffe du kannst es kommt dann wieder her lass auf Insel 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 Leute kommt hier zu Insel Nimm ich mit du hast ja noch keine Pumpkanne Kann ich bitte fahren du fährst wie ein verrückter bitte warum hast du das Auto nicht geheilt ja da ist das kann man nicht mehr rein komm her ich zeig dir wo man es kann da kann man nicht mehr ich weiß wo warte geh hier hin ich weiß wo man es heilen kann ich hab auch hier nein kann da äh unter der Insel kann man es heilen ja auf der Lootinsel wurde nicht gelootet das ist das Gute das ist das Gute ja ich komm ja ich komm ich komm wieder auf warum ich komm wieder auf ich komm wieder auf ich komm wieder auf du kannst deine Waffen upgraden wenn du willst oh Alter ich bin ich wohle fast vom Auto ich wohle gerade fast vom Auto ich wohle gerade fast vom Auto hey grade doch deine Waffe auf was für eine Waffe ich hab eine graue Waffe was will ich denn upgraden ich hab eine insel da kann man was willst du mich verarschen du hör doch aus mit der Scheibe wir tanzen alle 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 Hey Digga, ich hab dich gefragt und was machst du denn? Ist der runtergefallen? Digga, richtig nett. Du boogiebommst mich, machst mich weg und deswegen krieg ich die Diegel weg. Digga, ihr seid zu erdenlos. Achso, ich will die gar nicht haben, die Diegel. Die kannst du haben, ich will die gar nicht haben. Ey bitte, gib mir doch mal was, gib mir, ja, gib mir was. Was war das denn gerade? Stimmt, ich hab ja gespielt, ich brauch Munition. Was brauchst du? Munition. Was? AR und Pump. Hier ist ne Coca-Cola. Wo ist das Auto? Dankeschön. Wo ist das Auto? Hier. Hier ist das Großauto. Ich steck doch ein. Bei mir. Das heißt, bei mir ist das Stippe hier oben. Ja, bei mir ist das Auto-Bossauto. Ich bin grad in den Boxauto drin. Von den Gegnern. Es sind nur zwei Leute. Wo schießt du denn hin? Kannst du bitte dahin schießen, wo die Gegner sind? Einer ist ausgestiegen. Ey, was ist denn mit diesem Auto los? Gerade übelst schnell. So, jetzt kannst du schießen. Schieß! Ich hab das Großauto geschlossen. Wo, wo, wo? Ich hab ihn mal kaputt gefahren, ne? Ich hab ihn mal kaputt gefahren. Ich hab ihn mal kaputt gefahren. Ich hab ihn mal kaputt gefahren. Wo ist das Auto? Wo sind die? Wo sind die? Halt! Die sind falsch. Da kommt ein Auto! Da kommt ein Auto! Da kommt auch! Wo sind die? Achso! Ich kann sehen, wo das Metalion ist! Warum hast du dich nicht getötet? Du musst immer auf die Fensterscheiben ziehen. Hier oben ist auch ein Auto. Das sind wir nicht? Hä? Da ist aber ein Boss drin. Da ist ein Bot drin. Ich klei mir das Metalion. Das liegt hier. Oh, die mythische Tarn. Und die mythische Tarn. Und die mythische Tarn. Ich hab nur mythische Tarn. Das hab ich gar nicht gemerkt. Die mythische Tarn. Oh, 76. Und die mythische Tarn. Ja! Oh! Wo kommt da jetzt der Gegner her? Wo kommt da jetzt der Gegner her? Es werden nicht mehr auf. Ich muss gerade mal kurz weg. Wo? Wer sagt denn das gerade? Wer ist das? Ich. Wer ist denn ich? Er liebt Klinkel. Du musst auf. Ja, dann brauche ich dich gar nicht holen. Ja. Okay, mach's gut. Ich bleib, ich geh in die Zone. Ciao. Ihr gönnt euch! Ey, hoffentlich holt ihr epischen Sieg. Oh, Schat. Ich kann keinen Kronen Sieg holen. Bleib einfach drinnen, dann kriegst du eine Kronen. Oh, der ist gesessen. Hast du AR, Muni? Ich hab gerade andere Probleme. Hier ist ein Gegner. Wo bist du? Okay, der ist tot. Ich hab zwei AR-Schuss. Ja, ich hab genug AR-Schuss jetzt. Ich hab zwei AR-Schuss. Brauche ich nur Blue-Light. Hier, ich hab's markiert, ich hab's markiert. Nimm mit, nehm mit, nehm mit. Nimm mit, nehm mit. Echt? Ja. Gib mal. Oh, er kommt, er kommt zwei. Scheiße. Wo ist es? Wo ist es? Da nehm ich. Die ist ja. Schat. Mach du's? Mach du's? ja ein habe ich noch einer auch das medaille ich bin tot die ich auch noch ich habe auch noch nichts der krank er hat bumpen und hier könnte es wieder hat eigentlich nicht der berge d heim um den welt weg dass du das jetzt eigentlich sein das ist eingesammelt das medkit, ich brauche das medkit geh doch in den Saun mit Handschuhen gib mir ein medkit, gib mir ein medkit du hast keins achso, ich lieg da hinter dir ich dachte du hast es eingesammelt ich kann nicht in die Saun kommen ich bin so bad, der Laserfisch von hinten ist oh die laser mich in der Luft warum nehme ich die Coca Cola und nicht das medkit? ist das jetzt noch ein Team oder bin ich am Arsch? nein stress gib mir medkit, gib mir medkit gell finish gell gell Oh nein. Hau über den Zug. Oh nein. Hau über den Zug. Darf ich nach der Runde noch eine Runde? Darf ich nach der Runde noch eine Runde? Kann ich dir noch nicht sagen. Ich bin gerade ein bisschen im Stress. Ich bin nur dumm. Sven lädt sogar immer an rein. Was mache ich? Lädt sogar immer an rein. Ja, ich tausche immer durch normalerweise. Das sind zwei Leute. Oh nein, die sehen, wo ich meine Krone habe. Du musst einen mit dem Boden hütteln. Jawohl, ich bin nicht. Ja, Mann. Baby. Ey, sorry, dass ich gestorben bin. Alles gut, alles gut. Ey, das war, das war echt eine. Also das war wirklich jetzt schwer am Ende, muss ich mal so sagen. Ja, ich wusste nicht, wo die Gegner, ich wusste nicht, wo die Gegner sind. Die haben von irgendwo geschossen. Ich wusste nicht nach. Und das war nichtiliaUS war wahrscheinlich, Vielen Dank.